Ja, hallo Willkommen, mein Name ist Aliroy Payton und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Zestiria Bams. In der letzten Folge haben wir Vendraro wieder betreten und haben uns der Domäne von der Kardinalinia genähert. Und anscheinend hat die ihr ein eigenes riesiges Dungeon hier unter der Kirche, geil. Und ja, da gucken wir mal. Gibt's nicht alles so, ne? Ja, da ist jetzt ein anderer Gegner und da ist Monolith. Wow, was zum... Ich hab's gerade gemoonwalkt. Äh, und schon noch mal ein. Level 26? What? Nur seit der Level 26? Ich hab's gerade gut so oft ein, hab ich jetzt meine Suche wie ein. Wow, was soll denn denn? Ist auch schwer, okay. Guck mal, wir wechseln, der ist so, komm mal. Naja... Drei anfangs, schauen wir uns die Rapsscharzt genau an. Sie war vor einem Werkzeitangriff mit größerer Reichweite. Das sind doch schon Sachen, die ich schon lange weiß. Sagen, die mir hat, den jetzt erst... Okay, tut mein Stein, dieser Feuerstein, die ich aufgesammelt hab, jetzt jede Feuertür öffnen. Oder hab ich jetzt einen bekommen? Ehrlich? Wer jetzt immer in jede Tür einmal passt, bei dem ich immer wieder benutzen kann. Wie konnten die Kamera nur so verkorkzen? Wie konnten die Kamera nur so schräg, schräg, schlecht verkorkzen? Warte mal, ich bin mir verwirrt. Kam von... Ja, ja. Ich meine, wie konnten die Kamera nur so verrunzen? Okay, da geht überall. Ich dachte... Okay, da kann ich nicht durch. Okay, da kann ich nicht... Ich muss noch mehr, weil Level 26 ist ja putzig, ne? Das Wind... Ja, du... So schwacher bist du in... ...Tweife... L42... L42 Kamera ist echt nicht gut, weil ich irgendwie nicht verstehe Tales of Grace hat auch so ein Kampfsystem und das hat es geschafft, hallo, dass die Kamera nicht so ist, boah, echt, oh nein, Magier, ne? Ich weiß nicht, er tut mir, okay, ich hoffe, Gegner die Art einsetzen, warum können sonst überhaupt Serap schaden, das verstehe ich nicht so Halt mich mal bitte wie die nicht ihre ding ist einsatz ich wusste ich war weg hier echt ich wusste gegen die witter die halle ab sofort von gewusst hat gegen die gegner hier wieder schiefgeht immer gegen so magi es war gleiche bild gegen die zwei schon gar nicht wo ich war und wo nicht geil wenn wir mal ein bisschen zurück glaube ich irgendwo war ja so ein feuer tür wenn diese magia immer fertig gegen die sofort wird ich bin jetzt schon beinahe verkehrt gegen die isla 1700 wirst du wenn du bist du siehst gefährlich aus ja ich bin schön nahkampf aus dem weg geben mit zu machen so die auf sackgassen wenn wir nichts ist immer weiter lang überhaupt halbwegs erfahrungspunkte hallo na immer sagt hast mit gar nichts aber wer wölfe schnucklich das ist eine sackgasse da ist ein speicher das ist eine sache die 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 ok ja okay war mir klar wer sagt das mit nichts also ganz viel sagt das namensweide rei teufel ja folglos lange jemand anderen wir spielen wahrscheinlich ja noch ein paar hundersparts 50 auf den kämpfe dann mal nur ab ja jetzt zum ersten mal wo kam ich jetzt ist jetzt die frage ich werde wasser wo muss ich habe ich von da oder von da ich kann nicht von hier wozu war der mich erschreckt ja weil nichts passiert oh ja 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 und sie haben in street fighter wo wir kennen warum dauert der kampf so lange letztens war ich jetzt hier oder nicht weiß ich nicht mal so stein finden also ich bin von daher kommen oder war ich bin mir schon wieder nicht sicher ja schon zwei von diesem teufel zwischen den aufnahmen gleich da waren wir noch nicht glaube ich endlich mal so eine kugel kleine der tafel dann kann man jetzt endlich die gelben die wir hier öffnen die gelben türen muss noch so ein raum das kann man glaube ich hier so da oben links ist so ein raum ich meine da ist irgendwo im ort wo war haben wir sind noch nicht mal tun oder irgendwie so mal da noch verschwendeter platz loswerden euch kämpft nicht mehr voll lustig wind und wasser ja keine truhe keine ahnung ich werde zurück ich mag so labyrinth layout ziemlich so und da sieht so aus jetzt können wir wieder so ein ding bekommen eine blaue tafel das war noch das windsteil windtafel immer an ich gehe da oben vorgehebeck ehrlich jetzt aber warum sind die level 26 verstehe ich bin schon so ein wenig erfahrungsmittel ich habe ja noch mit unterlevelten gegnern 30 erfahrungsmittel super und so ich bin schon so ein raum mit truhen und kräutern und kräutern angelegt wir kommen aber von einem schon besseren das reibt sich mit pendeln ich möchte auf jeden fall noch alle tafeln der film schon mal besser ein ende des parts aber ich hasse diese wolfs gegner also die alles schneller als ich wer denkt einfach nur was soll für den rest des parts versuchen zu trainieren man legt ja noch weiter zurück als ich hätte sein können weder stand schuhe am 1 so leila und wohl ja dann haben wir irgendwie so schlecht wurde aber dann habe diese raten eigentlich irgendwelche schwächen gegen einige elemente zum beispiel leila gegen wasser umgekehrt ich glaube nicht aber ich glaube wir kommen ja schon noch soll ich technisch weiter aber noch mal weiter einfach mit der story jetzt irgendwie keine truhen oder irgendwie sowas außer dir scheitel rechts ok cool also in dem partner war greifen will das war auch wenn wir eigentlich alles ja dann sprechen wir und gehen da rein wenn jetzt kein essen benutzen außer ich sehe irgendwie weil ich die direkt vor mir ich weiß dann genau was passiert jetzt mein essen ein und es kommt noch eine ganze ecke von gegnern ja wie sowas ich hasse euch sowas von das sind echte menschen , so etwas Gas, aber es ist so ausreichend. Und wie ich er sich aufgewachsen ist, sie ist ihres trudlich. Selgeys, total! Joseys, dieser Mensch ist aber Stefan Selgeys. Diese soldatung war jeder? Sie haben ein Alles, was für sie ist, und ich habe schon gehört, also nicht zufrieden. Ich habe nur gesehen, nicht nachgemacht, mein Gott. Ich habe nur einen Medusa-Anspielung. Wie BAM. Ich muss nicht gucken, oder? Ich muss nicht gucken, oder? Haben wir eine Medusa-Anspielung oder was? Ja, das stimmt. Du bist selbst nicht永遠. Du... warum? Wie kannst du die Augen von... Wie kannst du die Augen von Desen sehen? Amatos? 50? Wenn du siehst, dass sie sich auf einen Versteigungsangefall hat, dann amatisierst du mit mir zusammen. In Ordnung. Oh, okay. Scheiße, jetzt kannst du keinen Muskeln bewegen. Selbst einen Heilmittelpunkt kann ich dann nicht mehr retten. Es ist wirklich übel in einem, das passiert. Erst einmal... Ja, warte, es ist mal ein weniger... Beteiligung, okay. Wenn du siehst. 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 Vielleicht hat sie sich in der Hese getäuscht. Was denkt eigentlich, Rose? Alles von unseren Kraftwerden. Sie denkt zu racen, voll Idiote. Entschuldige, anscheinend. Ähm, ja. Was bist du anfählich? Ich bin auf die Werbe. Das ist ja perfekt eigentlich. Das war bei denen eigentlich ein. Wollte, das sind's eigentlich nicht? Ich wollte eigentlich ging's eigentlich. Wüstigart eigentlich, aber ich krieg da irgendwie nicht hin. Ich kann einfach noch mal an... Äh, ich muss doch verstärken. Für Verstärkung. Oh, jetzt ruft ihr euch die ganze Zeit, Leute. Oh, ich muss jetzt die ganze Zeit verstärken, ne? Ja, auch damit. Naja... Jetzt ist sie noch nicht so schwer. Oh, da kommen wahrscheinlich noch, ne? Was? So, und... Sie lässt irgendwie nur mit sich machen, hab ich das Gefühl. So, endlich mal. Wo er überhaupt nichts abgezielt hat, hab ich das Gefühl. Ich mach mal direkt so... Irgendwie lässt sie sich ja nur vermöbeln, hab ich das Gefühl. Ja, super. Was zum Teufel soll ich denn dagegen machen? Weil ich nicht mit Dings hier verbunden bin. Ich weiß gar nicht, dass wenn einer von den beiden tot ist. Dass wenn Rose tot ist. Weil der Mensch steigt. Er klappt. Geil. Oh, ich soll ihn. Was egal. Wie wenn... Es war geil, dass ich den in seine Augen bekomm, ne? Ja, voll, Alter. Da hat der Neuzen ist jetzt Dase blind. Ja, ne. Oh, der kommt aber irgendwie einfach. Der kommt aber einfach. N-Nanda? Ich bin, ich bin, kein Echtläuter. Ich kann das nicht dazu verlaufen. Lila, noch einmal. Ja. Ich kann das für mich, der den Entste, ich werde mehr. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was ich nicht. Ich muss das, dass ich mich selbst... Es ist nicht. Es ist nicht das. Na, Srei. Wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, was du? Das ist... Das ist das. Das ist wahr. Das ist das, was ich. Der Weltkrieg und der Weltkrieg. Das ist das, was ich. Ich werde nicht mehr töten. Khao-Khao-Khao-Khao-Khao-Khao. Wenn ich sterbe, wenn ich die Regierung sterbe, wer will ich? Ich weiß, was ich an den Krieg und an den Krieg? Ich weiß, was ich an den Krieg und an den Krieg sei? Ich werde mich an den Wettbewerben und an den Krieg verletzen! Ich glaube, die hat es langsam echt hinter sich. Wow. Warum? Warum? Ich habe das Gefühl, ich habe das gut verstanden. Aber ich glaube, dass ich nicht zu töten würde. Aber... Rose... Ich habe das Arbeit von Sulei, und ich habe das Arbeit von töten. Was ist das? Jetzt, ich bitte den Weg, Selgei. Hier ist der Arbeit von ihnen. Er hat gar kein Mitspracherecht... so ein Gefühl. krisi aufsteck das was sie in schatten zu fahrer gleiche verbrennen ein kampfaktion hat mich denn gelernt halb und halb durch versuch der verursachte schaden mit halb wird und es dann wenn du es wirklich willst okay cool gegen stärker gegner könnte dazu sein es war ein form von mauthe los mauthe losってその天族だなぁ 気力だって治水花風があるのに mauthe los 5大神神光の象徴的存在と思っていた laudan laelaは何かしています carl 色々な意味で okay ist er was nein okay dann konzentriere ich darauf die schreinkirche zu verlassen die Läufer sind Statuen oder fangen wir jetzt schon wieder so lange ja Ja, auch wenn es anscheinend nicht hilft. Gut, dann werden wir uns den Part hier und das gucken wir uns im nächsten Fall an. Ich bleibe mich alle herzlich für zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.